Hallo, willkommen zu einem neuen Spezial und bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und von Horrorfans. Bei Horror-Subgenre, die wir nicht so gerne mögen. Und ich habe wieder mal nach einigen Monaten Pause das Vergnügen, mit der Bianca zu sprechen. Hallo Bianca. Hallo Alex. Na schön, dass du wieder mit dabei bist. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, natürlich. Du bist ja auch schon fast ein alter Hase hier, oder? Ja, ich glaube jetzt das dritte oder vierte Mal. Also ich meine, es ist das vierte Mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben das erste Mal über Ad Follows gesprochen. Das ist schon ein bisschen her. Dann haben wir über Echoes, genau. Und dann über Mama. Ja, überleg mal, das war, glaube ich, im Januar. Und jetzt haben wir schon wieder im Juni. Das ist so Wahnsinn wie die Zeit rennt. Und ich denke, es wurde dann halt auch Zeit, dass wir dann mal wieder loslegen. Und uns mal wieder zusammenfinden. Und viele, die es noch nicht wissen, wir können das ja auch persönlich. Wir waren ja Kollegen, ne? Genau. Wir haben tatsächlich zusammen gearbeitet. Wir waren zwar nicht in der gleichen Abteilung, aber wir haben uns trotzdem öfter gesehen, ne? Ja klar, ich bin immer an dir vorbeigelaufen. Das stimmt. Zu dem Zeitpunkt gab es den Podcast noch nicht. Und da wussten wir noch nicht, dass wir irgendwann mal gemeinsam mehrfach miteinander aufnehmen würden. Und ich jeden Tag oder jede Woche zwei Folgen raushauen muss bezüglich des Themas Horrors. Das ist schon witzig, ne? Wie die Zeit so spielt. Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass ich voll oft deine Stimme höre dann zu Hause, wenn ich irgendwas mache. Beim Nägel machen, bei alles Mögliche. Ja, das freut mich doch. Das freut mich doch. Da bin ich immer dabei, ja? Ja, und jetzt auch noch mit deinem Gesicht, oder? Cover ist ja jetzt dein Gesicht. Ja, seit zwei Jahren, ne? Ach so. Neuerdings. Das ist schon ein bisschen her. Das ist schon, na gut, zwei Jahre stimmt nicht. Anderthalb Jahre, glaube ich, ist es. Ja, aber es ist schon ein bisschen länger. Ja, aber jetzt auch noch mit dem Gesicht. Wird immer schlimmer. Ich, vor allen Dingen, ich dachte damals, das ist schon dein Gesicht gewesen. Das ist für mich aber ehrlich gesagt nicht verständlich, weil der Typ war doch nicht ich. Das bist du nicht die Einzige. Ich habe das öfter gesagt bekommen. Ja, ich habe dich da erkannt. Und da habe ich auch gedacht, hä? Zu dem Zeitpunkt war ich das doch gar nicht auf dem Bild. Also wie kann er mich erkannt haben? Das ist doch völlig offensichtlich nicht ich gewesen. Ich meine, ich wünsche, ich hätte so einen Bartwuchs. Und das war doch nicht ich. Also ich weiß nicht, wie ihr mich da drin gesehen habt, bevor ich es ersetzt habe. Total, totaler Witz. Aber gut, okay. Freut mich auf jeden Fall, dass wir hier wieder sitzen und dass wir miteinander aufnehmen. Du bist jetzt das erste Mal bei einem Special dabei. Und das finde ich eigentlich auch super, weil du hast da jetzt schon dreimal einen Film mit mir besprochen. Also ist es eigentlich auch mal ganz angenehm, wenn du jetzt mal beim Special mit machst. Es gibt andere, die sind irgendwie nur bei Specials dabei und nie beim Film. Und bei dir ist es jetzt irgendwie umgekehrt. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt mal ein Special machen. Und ich freue mich, dass es funktioniert. Du hast aber gerade eben vor der Aufnahme noch gesagt, du bist nervös. Warum eigentlich? Ja, weil ich habe keinen Leitfaden. Ich hätte gerne einen Film, an dem ich mich festhalten kann irgendwo. Ja, handlungstechnisch halt. Man fällt da nicht raus. Man bleibt dann irgendwie nicht hängen. Und wenn man einen Hänger hat, dann geht man einfach in der Handlung weiter. Das ist eigentlich, weiß ich, was du meinst. Ja, aber das ist ja gar kein Problem, weil ich gehe hier sowieso durch. Und wir haben uns ja auch auf ein Thema geeinigt. Und wir sprechen heute über zwei Subgenre im Thema Horror, die wir nicht leiten können. Beziehungsweise nicht so gerne schauen. Oder wie ist das bei dir? Nennst du mir jetzt gleich zwei Subgenre, wo du sagst, die guckst du gar nicht oder die guckst du am wenigsten oder am wenigsten liebsten? Ist das ein Satz? Aber du weißt, was ich meine. Wie ist das bei dir jetzt? Ja, ich schaue es eher weniger. Okay. Ich habe auch schon davon einige Filme geschaut. Daher weiß ich, dass sie mir nicht so gut gefallen. Okay, alles klar. Ja, es geht mir auch so. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich aus diesem Genre generell nichts schaue. Das ist natürlich nicht so. Geht ja auch gar nicht. Ich muss ja auch die Filme gucken, wenn ich sie dann ja auch hier bespreche. Und deswegen gucke ich natürlich die Filme schon. Und das gibt ja auch aus jedem Genre ein gutes Lied. Was rede ich denn? Einen guten Film, meine ich. Oder einen schlechten Film. Sondern das gibt es ja wirklich. Ich bin gespannt, was du da jetzt für Genre nennst. Du darfst natürlich anfangen. Und deswegen überlasse ich dir das Wort. Nenn mir doch mal das erste Genre oder Subgenre aus dem Thema Horror, wo du nicht so ein großer Fan bist. Lass mal hören. Zombie-Filme. Es geht einen Rauen durch die Menge. Ich weiß, einige Follower werden jetzt sagen, was ist los? Aber ja, nee. Ich habe Angst vor Zombies. Ach so, es ist tatsächlich die Angst vor Zombies. Also das ängstlicht dich so extrem dann eher? Also ich habe viel darüber nachgedacht und viel gegoogelt. Und natürlich, so kann das natürlich nicht kommen. Aber irgendwie, ja, nein, das ist mir zu gruselig. Okay. Das ist interessant. Du bist also jetzt praktisch nicht davon abgeneigt, weil es dich langweilt oder weil du es einfach doof findest. Sondern weil es dich wirklich halt ängstigt. Genau, ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen richtig bösen Zombie-Film gucken würdest und wärst nachts alleine, hättest du da ein Problem mit. Ja, hatte ich schon öfters. Es gab eine Situation, da habe ich einen Horrorfilm geguckt, abends natürlich auf ZDF oder wo das lief. Und ich wollte die Tür zumachen und habe das Licht ausgemacht. Und auf einmal merke ich, wie jemand von hinten mir, ja, keine Ahnung, irgendwas in den Rücken steckt. Und ich habe echt so Angst gehabt und ich konnte nicht mich bewegen. Ich habe einfach da gestanden, eine Minute in Starre, bis ich mich mal getraut habe, zum Lichtschalter zu rennen und das Licht anzumachen, um dann festzustellen, es war einfach eine Pflanze, die hinter mir stand. Ach so. So verängstigt, okay? Okay, also bist du nicht vorher zwischendurch in dieser Minute auf die Idee gekommen, dass es deine Pflanze war, die dich da berührt hat? Nee, ich war noch so im Film drin, ich war wirklich, dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn es jetzt wirklich irgendjemand wäre, dann hätte er mich schon längst angegriffen. Also jetzt eine Minute umstehen und nur starren oder so erstarrt sein, das macht dann auch keiner. Und dann habe ich erst den Mut gehabt, mich zu bewegen. Also hattest du praktisch eher gedacht, dass das so eine Art Zombie festigt von hinten an dann so oder wie? War das so deine? Nein, ich habe gedacht, da steht einer oder so, ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur verängstigt, wenn ich Geister filme, Zombie filme oder sowas schaue, dann muss ich auch komplett alle Lichter anmachen, wenn ich ins Bett gehe. Ja, ja. Und lässt du dir auch ran dann oder machst du dir trotzdem aus dann? Nein, haben wir ja schon geredet letztes Mal. Ich habe ja alles Smart Home und ich kann das für mein Handy aussteuern. Also ich bin ja, ich gebe das jetzt hier ganz ehrlich zu, obwohl ich fast 44 bin, auch ein Schisser. Das ist mein großes Problem. Ich bin echt ein Schisser, gerade auch, weil meine Wohnung so L-förmig gebaut ist. Ich kann von hier, wo ich jetzt sitze, nicht die Haustür sehen, also die Wohnungstür meine ich und ich kann halt von der Wohnungstür nicht ins Wohnzimmer sehen, also weil die halt wie gesagt ein L ist und das regt mich auf. Und von diesem L aus, von dem langen Teil, gehen die ganzen Räume ab, so musst du es dir vorstellen. Und ich habe wirklich, das erzähle ich dir jetzt, pass auf, mir ist das gerade eingefallen, ich bin neulich bei mir im Schlafzimmer und bin weggenickt, habe aber das Licht noch angehabt, also die Nachttischlampe noch. Und natürlich sehe ich, ich habe ja die Schlafzimmertür auf, ich glaube das Thema hatten wir auch mal, du machst das zu, ne? Ja, da haben wir schon drüber geredet. Genau, ne, ich mache sie auf und ich muss die aufhaben, ich muss wissen, was passiert in der Bude und während ich dann so wegnicke, wache ich dann aber plötzlich wieder auf, also ich öffne die Augen, einfach so und denke mir so, oh, bist du eingenickt? Als ich auf dem Moment im Wohnzimmer hier ein Knacken höre, aber das war nicht nur so, so ein Möbelstück knackt, sondern das war wirklich wie ein, also es wirkte so, wie jemand will absichtlich meine Aufmerksamkeit erregen und macht ein Geräusch im Wohnzimmer so, damit locke ich ihn an. So muss man sich das vorstellen. Und das hat mich sowas von abgefuckt, ich war so, ich war so, ich habe mich so eingeschissen, weißt du, ich fand das zu kotzen, weil es ja aber auch noch so dunkel war, weißt du, es war ja im Flur und auch im Wohnzimmer düster. Ich hatte natürlich Emily Rose Vibes direkt, weißt du, das war furchtbar. Und dann dachte ich mir auch, Mensch, was bist du bloß für ein Schisser auf deine alten Tage, ist ja furchtbar. Gut, dass ich hörte, heuchte natürlich dann und es ging dann auch weg und ich schlief dann auch wieder ein. Und mein Nachtlicht geht dann nach einer Stunde aus. Du kannst dann einfach weiterschlafen, ich würde dann erstmal hingehen und gucken. Nein, das konnte ich nicht, ich musste liegen bleiben. Ja, also, ja gut, jetzt sind wir kurz abgetrüftet. Also hier, aber ich muss dir mal trotzdem was erzählen, was du erzählt hast, wo du dachtest, da steht jemand und berührt dich. Ich habe hier mal im Dunkeln einen Film geguckt mit Kopfhörer und auf einmal, meine Rollläden sind immer oben auch, die sind bodentiefe Fenster sind das. Und dann sah ich plötzlich einen Schimmern auf von dem linken Fenster, also zu meiner linken, unten am Boden des Fensters. Und das waren zwei grüne Punkte. Und dann war das natürlich völlig offensichtlich, waren das zwei Augen, die mich dann angeguckt haben. Und dann bin ich dann aufgestanden. Klar. Ja, ist mein voller Ernst, ich verarsche dich nicht. Das waren, ich wohne aber im Dachgeschoss und dann waren das Tiere, die auf der, die tatsächlich auf der Fensterbank rumliefen und reinguckten. Und ich konnte kein Licht anmachen, aber ich gehe stark davon aus, dass das Marder waren, die auf dem Dach rumgekabelt sind. Und die sind wegen den dachhohen Bäumen sind die hochgeklettert aufs Dach und guck, glotzten mich an. Okay, das ist echt creepy. Da war ich erschrocken, ja. Also klar war mir dann klar, das sind Tiere, aber im ersten Moment war ich erschrocken. Also da kann ich mir so ungefähr vorstellen, wie es dir gegangen ist mit deiner dich angreifenden Pflanze. Okay, aber erzähl mal, hast du denn mal einen Zombie-Film gesehen, der dir denn gefallen hat, obwohl sie dir Angst machen? Ja. Wie hieß dieser Film mit Will Smith? I am Legend. I am Legend. Also ich finde den schon cool, aber die Szenen, wo die Zombies rauskommen, nee, das geht nicht. Die sind ja aber schon sehr digital, ja. So richtig überzeugend tun sie ja eigentlich nicht, oder? Aber ich glaube, das ist dem geschuldet, wann ich den geschaut habe damals. Da war ich vielleicht noch etwas jünger. Ja. Und, ja, ich weiß nicht, irgendwie hat er sich in meinen Hirn reingefressen, dass er sehr gruselig ist. Ich kann den auf jeden Fall nicht schauen, wenn er im Fernsehen läuft. Ja. Und ansonsten Silent Hill, diese Monster oder diese Viecher, die da rumlaufen, wenn es dunkel wird. Ja, das sind jetzt nicht unbedingt Zombies, glaube ich, aber ich weiß, was du meinst. Das ist schon sehr gruselig. Die sind schon sehr Zombie-like. Ja, wie die sich halt bewegen, halt so richtig ekelhaft, abstrakte Bewegungen, die die machen. Ja, 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 genau, genau. Nee, das ist auch das mit zu viel. Also davon habe ich wirklich Albträume bekommen. Ja. Ja, es ist Zufall, dass du I am Legend sagst, weil den habe ich nämlich erst neulich geguckt. Ach ja. Ja, ich habe den Anfang Mai geschaut und zwar im Hotel in Freiburg, denn ich war ja auf der Messe dort, auf der HorrorCon mit einem eigenen Stand. Ich denke, das haben die meisten bestimmt mitbekommen. Ich habe am ersten Abend, also ich bin ja Freitag hingereist, um ja alles aufzubauen und Samstag ging es dann los und am Freitagabend lief der dann noch im Fernsehen. Und ich war dann im Hotelzimmer und schaltete durch und dachte mir, ach, schau an. Genau, vorher lief noch dieser Film Geostorm mit Gerard Butler, der ja wirklich eine absolute Katastrophe ist. Also, gut, den kann man gucken, aber der ist natürlich... Ich habe den extra aufgenommen, weil ich den auch unbedingt schauen wollte, weil der andere Film mit ihm war ja super toll. Green. Green, ich weiß, was du meinst. Green. Wir einigen uns auf Green. Green. Ich will jetzt im Moment gerade nicht drauf kommen, aber ich weiß, was du meinst. Geostorm, der war da gerade zu Ende. Der lief dann vielleicht noch so zehn Minuten und dann war er dann vorbei und dann der nachfolgende Film ist für Zuschauer unter 60 Jahren nicht geeignet. Ich dachte, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und dann sah ich direkt, okay, das ist I Am Legend. Und dachte ich, ach komm, den hast du jetzt schon ewig nicht geguckt. Den lässt du mal laufen. Und dann habe ich den auch laufen gelassen. Ich weiß, dass ich kurz weggenickt bin während des Films. Das war, als sein Hund starb, wo er ihn... Den erwürgt er ja, weil der sich ja verwandelt. Das ist so dieser Moment, den ich verpasst habe. Aber sonst habe ich ihn eigentlich ganz geguckt. Also, ich finde, dass I Am Legend ein Film ist, der schon noch seine Momente hat. Aber wenn du dir halt diese Zombies anguckst, die ja völlig offensichtlich digital sind, mit diesem viel zu weit aufgerissenen Kiefer... Also, ich weiß nicht, das überzeugt heute nicht mehr. Das war vielleicht damals irgendwie gruselig. Aber heute finde ich das blöd. Also, Zombies bewegen sich ja nicht so. Also, das sind keine Zombies, wie ich sie mir vorstelle. Also, völlig digitale Gesichter. Hast du denn mal einen Zombiefilm gesehen, den du richtig scheiße fandst auch? Also, wo du meinst, der ging so richtig daneben? Äh, World War Zero. Ach ja, World War Z, meinst du? Also, mit Brad Pitt? Ja, genau. Ach ja, guck an. Den habe ich nur einmal gesehen. Nie wieder. Das ist bestimmt zehn Jahre her. Ich wollte den immer mal wieder gucken. Warum hat er dir nicht gefallen? Ja, es waren halt viele Zombies da. Sehr, sehr viele. Und die waren übereinander gestapelt. Und die waren extrem schnell. Und das war total witzig. Also, der Trailer war schon echt ekelhaft. Und also, den würde ich auch nie wieder schauen. Ja, okay. Das war, glaube ich, der erste Film, der so diese Massen-Zombies in Horden gemacht hat, die dann wirklich auch aufeinander stiegen, um dann Berge zu bilden, ne? Ich glaube, das hat man in World War Z zum ersten Mal gesehen. Ja, und die waren halt auch extrem schnell. Normalerweise waren die immer sehr langsam. Ja, das stimmt. Und da waren die halt extrem schnell. Und oh, nee. Ja, ich glaube, der erste Film, der dann mit rennenden Zombies anfing, war ja dann 28 Days Later. Das ist, glaube ich, so dieser Punkt gewesen, wo man dann aus den schluffhackigen, rumstehenden Zombies dann irgendwann mal rennende Ziele gemacht hat, beziehungsweise Gegner gemacht hat, meine ich, damit man einfach mal eine Handlung auch ändern kann. Weil wenn sie nie schneller laufen, weißt du, als 10 Meter die Stunde, dann sind die ja auch keine Gefahr eigentlich, ne? So um den Dreh. Also deswegen musste man sich ja irgendwann mal was anderes einfallen lassen. So würde ich das mal sehen. Wahrscheinlich, ja. Gut, dann würde ich dir mal ein Genre nennen, das ich nicht so gerne mag. Vielleicht bist du da jetzt überrascht oder weniger überrascht. Ich könnte mir vorstellen, dass viele jetzt vielleicht nicht ganz so überrascht sind. Also ein Genre, das ich jetzt halt auch echt nicht so geil finde, wo ich mich nicht so drum reiße, ist das Subgenre Vampirfilme. Also Vampirhorror, da bin ich tatsächlich raus. Es gibt natürlich den einen oder anderen guten Vampirfilm, aber ich bin da jetzt nicht ganz so drin. Wie ist das bei dir? Kannst du mir da zustimmen oder gibt es Filme, die du sagst? Oder generell, ist das ein interessantes Genre für dich? Also ich finde nicht, dass Twilight ein Horrorfilm ist, aber okay. Vielleicht liegt das auch daran jetzt, unterbewusst habe ich das deswegen abgeschworen hier mir. Es gibt doch noch so einen anderen Film, Bis einer weint, Beileid. Ja, die Verarschung, genau. Heißt das, Bis einer weint? Das heißt, Beileid, Bis einer weint, genau. Okay, das ist gut. Das ist ein guter Wortwitz. Wahrscheinlich aber bis mit Doppel-S natürlich, ne? Selbstverständlich. Ja, klar. Also ich kann den halt auch jetzt nicht mehr normal schauen, den Twilight-Film. Ich sehe halt immer nur noch den Verarsche-Film. Die Verarsche-Film, ja. Das ist halt wahrscheinlich immer so, ne? Bis einer weint, das ist klasse. Das ist ein super Untertitel. Hast du den mal gesehen, den Film? Nein, 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 nein. Die musst du dir anschauen, der ist echt wirklich genial gemacht. Ich hab neulich mal wieder auf der Arbeit an die beste Verarschung aller Teenie-Horror-Filme ever denken müssen. Den kann man allerdings nur so 45 Minuten gucken. Danach ist das Gehirn nicht mehr aktiv. Und zwar ist das Nicht-Scary-Movie. Die sind alle Scheißen direkt dagegen. Und zwar ist es Shriek. Also schreibe, wenn du weißt, was ich letzten Freitag den 13. getan habe. Kenn ich gar nicht. Das ist der beste Verarsche-Film der Slasher-Filme. Also den hab ich schon so oft gesehen. Und den hab ich schon so oft immer wieder laut lachen müssen. Ich denke, dass einige von euch wissen, welchen Film ich meine. Der ist natürlich totaler Wahnsinn und Irrsinn. Und die nehmen auch nichts ernst. Aber da verarschen sie natürlich auch, Scream zu Beginn. Und dann, ich will da jetzt nicht zu weit aus, sonst hör ich nicht auf. Also das ist einfach köstlich. Das ist der dümmste Humor ever. Aber es ist absolut köstlich. Also passt zu dir, würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja, mach das mal. Okay, aber sorry, wir sind abgedriftet. Nenn mir doch, du mir mal bitte etwas über Vampir-Filme. Magst du denn Vampir-Filme? Oder kennst du gar nicht so unbedingt das Genre? Oder wie geht das da so bei dir? Sag mal, wenn du jetzt so an Dracula denkst und so vielleicht einen einen oder anderen Film. Dracula habe ich nicht geschaut. Aber Rendezvous mit Joe Black ist ja nicht auch ein Vampir. Ach du Scheiße, ist das so? Ich glaube, oder ist er nur der Tod? Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, dass er nicht, ja, ich habe es vor Augen, aber dass er jetzt ein Vampir ist, bin ich jetzt gerade überfragt. Dann ist er wahrscheinlich nur der Tod. Nee, so Vampir-Filme außer Twilight eher, ich kenne gar keine. Okay, okay. Also ich selber habe das ja schon oft erwähnt, dass ich da nicht so ein Fan von bin. Und es wurde ja immer noch nicht hier Interview mit einem Vampir besprochen, weil der noch nicht vorgeschlagen wurde. Beziehungsweise es kam noch keiner, der sagt, er will ihn mit mir besprechen. Also wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, Alex, ich will den besprechen, dann bitte melden bei mir. Das hat jetzt gut funktioniert. Da haben sich jetzt auch andere wegen anderen Filmen gemeldet, wenn ich das in den Folgen genannt habe. Also einfach melden, weil von meiner Seite aus werde ich den wahrscheinlich nicht besprechen wollen, weil er mich nicht catcht. Gut, ich kenne ihn auch nicht, aber so ist es halt. Also bitte kommt auf mich zu und sagt, ich will den besprechen. Da muss ich noch gucken. So, das dazu. Nein, das ist nicht. Also das ist mir zu abgespaced. Weißt du, ich mag halt auch, für mich ist Vampir-Film auch einfach kein Horror. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich meine, gucken wir uns jetzt den Dracula an von 92. Das ist natürlich ein kultiger Streifen. Den wirst du nicht kennen. Kann das sein? Nee. Alter Schwede, hast du jetzt wirklich Nein gesagt? Ja gut, du warst 92 noch nicht geboren, ne? Deswegen, ne? Doch schon. Genau. Noch lange nicht. Noch lange nicht, ne? Zehn Jahre später erst, habe ich recht? Ganz genau. Ja, ganz genau, ja. Na gut, dann musst du den mal nachholen. Also natürlich ist das ein kultiger Streifen und da will ich auch nichts zugegen sagen. Ich mag halt, was Vampir-Film angeht. Für mich ist das halt kein richtiger Horror, der mich konstant fesselt, weil da ja immer so eine unterschwellige Erotik mitspielt, was Vampir-Filme angeht. Also zumindest in denen, wenn es um Dracula geht, ne? Das passt mir nicht. Ich will mich entweder gruseln oder ich gucke mir einen Erotik-Film an. Ich mag diese Kombination aus Erotik und Vampir nicht. Und ich gehe davon aus, dass das bei Interview mit einem Vampir mit Sicherheit der Fall sein wird, gerade wenn du Tom Cruise und Brad Pitt dort stehen hast, ja? Und dann dieses Mein Gebieter und Mein Heer, das ist ja in Dracula so. Deswegen ist der 92er Dracula für mich ab 45, 50 Minuten irgendwann langweilig, weil der dann halt wirklich dann auf diese Romantik-Schiene geht. Und das ist etwas, das passt für mich nicht zusammen. Natürlich gibt es Vampir-Filme, die fallen raus. Also mir fällt jetzt zum Beispiel Van Helsing ein, den ich übrigens super fand damals. Da sind ja auch viele Vampir drin und die haben jetzt natürlich nichts zu tun mit Erotik jetzt logischerweise, ne? Und ich habe in der letzten Folge neulich, da ging es um die Netflix-Filme mit Ben. Da habe ich Blood Red Sky erwähnt auf Netflix. Da hat übrigens jemand auf YouTube gepostet, viele Grüße gehen hier raus, dass er das gar nicht verstehen kann, wie ich auf so eine Idee komme, den als gut zu bezeichnen. Gut, ich meine, ist eine Geschmackssache, ne? Jeder sieht das anders. Aber der hat mich halt gecatcht als Vampir-Film, weil der konstant gruselig und hart ist und nicht in eine schnulzenfutzige Erotik abdriftet, weißt du? Was halt andere tun. Das hast du aber schön gesagt. Ja, danke. Das ist vielleicht ein gutes Zitat, oder? Voll. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Aber sehe ich das richtig, dass ich dich mit Vampir-Filmen jetzt auch nicht locken könnte, ja? Ne, gar nicht. Also das stimmt schon mit dieser Erotik-Schiene. Das erschließt sich mir auch nicht und brauche ich nicht. Okay, also es ist halt auch nicht, wie ich schon sagte, natürlich immer so, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal Underworld nehmen mit Kate Beckinsale. Die sind ja auch, das sind Vampir und Werwölfe. Ich glaube auch, dass da es nur Haut drauf gibt. Da wird mit Sicherheit auch nicht irgendwie so ein bisschen einer auf Erotik gemacht. Let Me In ist ein Vampir-Film, wenn man das streng genommen sieht. Den habe ich noch nicht gesehen, gebe ich zu. Soll aber sehr gut sein. Ich weiß, ich muss den unbedingt mal machen. Und natürlich war Letzte Fahrt der Demeter ist ja ebenfalls Dracula hier. Auch in meinen Augen ein super toller Streifen. Ich kann die negative Kritik da in keinster Weise verstehen. Also es gibt natürlich Vampir-Filme, auch wie zum Beispiel The Lost Boys mit Kiefer Sutherland. Die fallen da raus, ne? Die sind natürlich dann auch schon härter, ne? Und es soll jetzt nicht heißen, dass alle immer nur einen auf, ja, auf, was du so, mit einer unterschwelligen Erotik machen. Das will ich natürlich nicht damit sagen, ne? Stimmst du mir da zu? Ich stimme dir da voll zu. Alles klar. Vielleicht bin ich aber auch einfach schlichtweg gebrannt, Marc, weil der beschissenste ever, kack, scheißen Dreck-Film, den ich je gesehen habe, was mit Vampir zu tun hat, ist halt dieser John Carpenter, ne? John Carpenters Vampire. Also den habe ich damals geguckt, äh, mit 18, 19, glaube ich, abgesehen davon, dass der unfassbar hart war, mittlerweile ist der ab 16, habe ich gehört, ähm, ist das einfach eine Scheiße von Film gewesen. Also den, sorry, wenn ich da Leute jetzt von euch beleidige, das tut mir leid, aber ich fand den unfassbar grottisch. Wollte ich jetzt nochmal kurz sagen. Du lachst. Ich sehe schon die Kommentare. Was geht mit dir? Richtig, ja. Okay, in Ordnung. Du, dann haben wir das Thema Vampirfilme durch. Ähm, ich glaube, da kann man nicht mehr viel zu sagen. Dann erzähl du doch mal bitte, was ist denn das weitere Subgenre, was du nicht so gerne schaust? Ähm, Splatter. Also nicht alle Splatter, sondern ein paar halt, ja. Gute und es gibt schlechte. Es gibt gute und schlechte Splatter, für mich, das stimmt. Aber wenn man jetzt mal so generell erstmal sagt, warum ist jetzt, ich meine, du konntest jetzt zwei Subgenre nennen, jetzt hast du Splatter ausgewählt. Ich meine, das heißt, ja, egal ob gut oder schlecht, reißen tust du dich ja nicht drum, ne? Hm, nicht wirklich, also nicht mehr, sage ich mal. Ach so. Früher habe ich mehr geschaut, jetzt bereitet mich das irgendwie nicht mehr. Ich glaube, jetzt habe ich ja genug davon. Ja, okay, okay. Also du hast früher gerne Splatter geguckt, weil dich das halt amüsiert hat. Ich meine, Splatterfilme kann man ja nicht ernst nehmen, ne? Das sind ja eher zum Amüsieren, ne? Genau. Das ist eher Comedy, ja. Richtig, genau. Was ist denn so ein Splatterfilm, den du dann damals gerne geschaut hast, den du jetzt so als gut empfunden hast? Also alle Final Destination-Teile. Aber das ist ja kein Splatter. Ja, das ist ja kein... Offiziell, wenn man Splatter googelt, kommt das aber auf jeden Fall dabei raus. Es geht ja darum, dass es viel Blut spritzt, offensichtlich. Und ja, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt da reingemacht, aber gut. Interessant. Okay, was noch? Texas Chainsaw Massacre habe ich gerne geguckt. Ja, welchen Teil? Die mit Jessica Biels Arsch, ne? Ja. Nein, ihre Brüste. Ach was, ihr Gesicht einfach, hallo. The Hills Have Eyes. Ja, okay. Fand ich auch ganz gut. Kennst du Leatherface? Natürlich. Ja. Okay, gut. Ich glaube, dass du so, was Splatterfilme angeht, bist du so ein bisschen in eine etwas andere Richtung. Also ich meine, du hast jetzt nicht Unrecht, das sind harte Filme, die du da nennst. Aber Splatterfilme ist ja eigentlich eher sowas, wo ja das Blut spritzt und die Gedärme fliegen in hohen Mengen. Wie bei Hostel. Wie bei Hostel. Und ich glaube, selbst Hostel ist noch kein Splatterfilm, wenn ich ehrlich bin. Also, so meine Meinung. Also Splatterfilm ist ja zum Beispiel sowas wie Braindead. Weißt du? Die Mutter aller Splatterfilme, wo halt nur die Gedärme fliegen. Terrifier kann auf jeden Fall unter Splatter fallen. Da gibt es ja Bad Taste. The Sadness zum Beispiel ist ja relativ neu. Was ja auch definitiv unter Splatter fällt. Dann gibt es den englischen Streifen Inbred. Der ist ja auch mega hart. Und ich glaube auch Haus der Tausend Leichen zum Beispiel, mein neuer Lieblingsfilm, ist auch ein absoluter Splatterstreifen. Und natürlich dann ja auch eher so Evil Dead und sowas. Hättest du diese Filme auch noch genannt? Also darüber kann ich nicht reden, weil ich hab's ja nie gesehen. Okay. Und zum Beispiel The Sadness oder sowas, schon das Cover, sagt mir, ich möchte den noch nicht schauen. Also das geht mir einfach zu weit. Gut, das Cover vereint halt beides. Vereint Splatter und Zombie, ne? Du redest von den asiatischen Herren, ne? Wahrscheinlich. Äh, ja. Ja. Also ich stimme dir das in gewisser Weise zu. Splatter, der jetzt so richtig extrem übertreibt, ist ja eher amüsierend, ne? Ist ja eher Spaß. Hatten wir ja gerade das Thema, ne? Haben wir ja gerade gesagt. So. Und der macht ja dann auch, das macht Jux. Aber das ist für mich irgendwann anstrengend. Also Braindead, ich hab grad erwähnt, der Film geht, ich glaube, dann doch ein bisschen länger, als ich immer meine, ne? Also ich dachte immer, der geht nicht mal anderthalb Stunden. Aber das hab ich, glaub ich, wohl eher mit dem Original Tanz der Teufel verwechselt. Aber selbst da könnte ich mich irren. Jedenfalls hat man das Gefühl, der Film geht drei Stunden. Hast du Braindead gesehen? Ich weiß es nicht, glaub nicht. Okay, das ist natürlich hart, ne? Also das ist die gute Allersplatter-Filme, den du noch nicht gesehen hast. Der ist halt wirklich der absolute Wahnsinn. Wahnsinn und dadurch, dass du da so viele Splatter hast, ununterbrochen, also wirklich am Stück, fühlt sich das an wie irgendwie drei Stunden, die du das guckst. Und für mich ist das irgendwann auch so abartig und furchtbar, dass ich irgendwann nicht mehr weitergucken kann. Also ich bin danach fertig mit der Welt. Wenn du wirklich ununterbrochen nur siehst, wie gehackt, zerstückelt, zersägt, zerspritzt und explodiert, es ist furchtbar. Genau, das kann ich halt nicht. Also ab und zu ein bisschen ist okay, aber den ganzen Film, irgendwann nur sowas, das ist mir zu viel. Ja, okay. Okay. Also Tanz der Teufel, ich glaube, der zählt ja auch bis noch zu Splatter. Also gerade auch der erste. Wobei der natürlich aus heutiger Sicht nicht mehr so wild ist. Ich finde, dass Splatter interessant ist, wenn er sich ernst nimmt. Wie gesagt, Braindead kann ich nicht gucken, da höre ich irgendwann, bin ich raus. Der originale Tanz der Teufel ist für mich unfassbar anstrengend. Der hat irgendwann so einen Punkt erreicht, wo ich so viel geschrei und gejaule und gemaule, wenn er dann da seine Begleitungen zerlegt. Boah, das ist furchtbar, das nervt mich tierisch irgendwann. Deswegen bin ich da auch raus. Tut mir leid, irgendwann hat sich, glaube ich, darüber deutlich aufgeregt, dass ich dann zu Teufel eins kritisiert habe. Ich will ja nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist. Der ist ja auch unheimlich wichtig für das Genre und ist ein Kultfilm, völlig zu Recht. Aber er ist halt für mich sehr anstrengend. Ich bin da echt kein Fan mehr von. Und wenn ein Splatter-Film richtig ernst ist, dann packt er mich. Und jetzt kommen wir jetzt wieder zu The Sadness. Also ich habe den mir damals angeguckt hier und ich musste alle paar Minuten pausieren, weil der mich einfach so überwältigt hat mit dem, was ich da sah, dass ich das gar nicht greifen konnte. Ich hätte den im Kino gar nicht gucken können, glaube ich. Siehst du? Also, das ist einfach anstrengend. Ja, aber bist du nicht irgendwie neugierig, wenn ich das jetzt so erzähle? Macht dich das nicht irgendwie neugierig darauf? Du hast schon öfters mal über den Film geredet und ich habe mir jedes Mal versucht, den Trailer anzuschauen. Aber das war mir schon, zehn Sekunden hat mir gereicht. Ich brauche den Film nicht schauen. Krass. Der Trailer, der muss ja schon jugendfrei bleiben. Der kann ja nicht zu viel Krasses zeigen. Ja, aber das war mir schon zu gruselig. Krass. Okay, also da warst du raus. Ja gut, ich will dich natürlich nicht hier dazu bringen, den zu gucken. Wenn du ihn nicht gucken magst, dann ist es natürlich deine Entscheidung. Also alle, die den Film halt kennen, wissen halt, was ich meine, wenn ich sage, dass das ein Splatter-Film ist, der ernst ist. Also ich habe neulich irgendwo erwähnt, dass ich selten auf der Spitze meiner Couch bin oder hier am Rand sitze und so gefesselt bin. Das war bei Train to Busan der Fall. Das habe ich nämlich erzählt in der Folge. Das war auch bei Speak No Evil der Fall, das letzte Mal gefühlt, wo ich halt wirklich so voll drin war und gar nicht aufhören konnte. Und das war auch damals halt eben bei The Sadness der Fall, weil der Film halt keine Ruhe lässt. Und das ist ein Splatter, der mir sehr gut gefallen hat. Also ich finde, dass das ein super Film ist. Splatter ist mit Sicherheit auch der Serbe. Auch Splatter, gerade zum Ende hin dreht der voll ab. Und da ist halt auch keinerlei Humor. Also das wissen wir ja wohl alle, dass da überhaupt nichts zu lachen gibt. Und das ist dann halt auch ein Splatter, den ich auch gucken kann, weil es halt einfach einen ernsten Hintergrund hat. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie so, ob das Sinn macht mit dem, was ich sage. Aber wenn Splatter lustig ist, strengt mich das an. Ja, das verstehe ich, aber ja, sehe ich auch so. Ja. Also zum Beispiel den Film The Human Centipede. Pete? Pete? Ich sage mal Human Centipede. Ja, siehst du. Centipede. Das ist ein schöner Name, ja. Den ersten oder den zweiten? Den ersten, den zweiten habe ich noch gar nicht geschaut. Okay. Ich habe ja den Hauptdarsteller vom zweiten Teil getroffen, ne? Der war ja auf der Messe. Und das war voll der liebe Kerl. Es ärgert mich, dass ich nicht länger mit ihm reden konnte. War voll. Es war in dem Moment, als ich mit ihm sprach, auch irgendwie so unwirklich, dass er das ist. Also weißt du, als ich da so mit ihm stand, wusste ich, ich rede mit ihm. Das war mir klar. Aber jetzt im Nachhinein kapiert man das erst so richtig. Also ich hätte gerne viel mehr mit ihm gesprochen und ich hätte auch sehr gerne ein Interview mit ihm geführt. Das wäre natürlich eine schöne Sache, das mal hinzukriegen. Aber ja, das war natürlich nur zwischen Tür und Angel. Es ist so gewesen, dass er da ja Autogramme gegeben hat, aber hatte halt nicht sonderlich viel zu tun, weil es ja dann doch an dem Sonntag dann weniger Besucher gab als erwartet. Und dann habe ich ihn da sitzen sehen und dann habe ich eine Angestellte gefragt, ob ich mit ihm mal ein paar Worte wechseln könnte. Also ich will kein Bild, kein Foto. Hat ja extra gekostet. Ich will einfach nur als Aussteller mal mit ihm kurz reden. Dann meinte sie, hier, pass auf, das geht leider nicht. Nicht, ich kann dich jetzt nicht reinlassen, aber ich frage ihn, ob er mal zu dir kommt. Alles klar. Dann ist sie dann zu ihm gelaufen, hat mit ihm geredet, hat dann auf mich gedeutet. Dann guckte er auch zu mir. Kurz geredet, geredet. Dann dachte ich mir, okay, er zeigt mir jetzt den Mittelfinger. Nein, natürlich nicht. Also das hat er dann nicht gemacht. Er ist dann aufgestanden, kam zu mir. Dann hat er mir von sich aus die Hand gegeben. Hat dann Hallo gesagt. Also wie gesagt, wir standen an so einem Zaun. Dann habe ich ihm dann halt gesagt, dass ich mich das freut, ihn zu sehen. Und dass ich ihm hiermit sagen möchte, dass er in den meiner Meinung nach krankesten Film ever mitgespielt hat, den ich je gesehen habe. Es gibt keinen schlimmeren Film für mich. Und das fand er dann ganz witzig. Und dann habe ich dann gesagt, dass ich halt ein Aussteller bin und dass ich kein Besucher bin. Und dann meinte er, wo dann mein Stand wäre. Und dann habe ich ihn dann gedeutet, da hinten im Eck, neben dem Ausgang. Und dann meinte er dann, ja, I will come by later. Und dann habe ich dann gemeint, das wäre super. Okay. Und dann bin ich wieder zurück. Und dann dachte ich mir auch, okay, das hat er gesagt. Das war nett. Aber ich denke nicht, dass er es wirklich tut. Und irgendwann stand er bei mir am Tisch. Und das fand ich natürlich so super, dass ich dann natürlich dann die Bilder gemacht habe mit ihm dann, die ich ja bei Insta habe. Und so ist er dann auch entstanden, dass ich mich dann kurz mit ihm unterhalten habe. Und das fand ich wirklich super. Das war sehr schön. Und dann im Nachhinein ist dann erst richtig realisiert worden, dass er das ist. Und ja, ich hätte gerne mehr mit ihm gesprochen. Aber ich wollte jetzt natürlich seinen Besuch bei mir auch dann nicht ausnutzen und ihm mein Handy ins Gesicht halten. Das macht man ja nicht. Deswegen habe ich mich nur mit ihm nicht unterhalten. Und das war es dann. Aber das ist wirklich der schlimmste Film. Und für mich zählt Human Centipede 2 auch zu Splatter, muss ich sagen. Obwohl er in schwarz-weiß ist. Also die eigentliche Fassung. Aber das ist der schlimmste Film. Also Splatter auf eine andere Art. Auch hier kein Fun-Splatter, sondern todernst, nichts zu lachen, knallhart. Und da muss ich sagen, das ist der schlimmste Film. Aber guck dir den nicht an. Ich sage dir ganz ehrlich, also dieser Film ist einfach unfassbar. Okay, aber jetzt will ich ihn schauen. Da habe ich keine Probleme mit. Keine Ahnung. Also sehe ich dann, wenn ich ihn sehe. Aber das Sadness ist ein Beispiel, das mir zu hart. Oder terrifying. Ja, also bei Sadness ist es ja halt eben so, dass, wie wir ja gesagt haben, ist ja halt ernst. Also du hast halt, aber gut, Human Centipede ist aber auch ernst. Wo siehst du da den Unterschied jetzt? Warum ist der eine in Ordnung, der andere nicht? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, bei The Sadness ist es doch viel mit Hinterherrennen. Ich glaube, die Atmosphäre ist anders. Bei The Sadness ist es halt wirklich viel mit Rennen. Und ja, da wird halt viel gerannt. Und es wird halt extrem geschlachtet. Also so etwas habe ich auch echt noch nicht gesehen. Die Szene im Zug, alle wissen, was ich meine. Das ist für mich eine der härtesten Szenen. Also man muss da lachen. Irgendwann gibt es so eine Tube-Brutalität, die dann eher amüsiert als schockiert, weißt du? Aber The Sadness macht halt aber auch viel richtig aufgrund des geringen Soundtracks. Also das ist halt oft einfach nur Bass, was da kommt. Und das ist halt genau passend. Und es ist halt aber auch diese andere Art von, jetzt sind wir wieder bei Zombiefilmen, weil wir haben hier ja nicht Zombies in dem Sinne, sondern wir haben ja Menschen, die ja noch wissen, was sie tun, die haben ja nur plötzlich keine Hemmungen mehr. Denen werden ja nur die Hemmungen abgeschaltet praktisch. Oh Gott. Ja, das geht ja nur darum. Und ich meine, natürlich ist das weit hergehöhlt. Also es ist ja nicht so, dass wir alles Bestien sind und haben nur diesen kleinen Prozentsatz, der uns vernünftig, der uns doch zur Vernunft bringt. Und sobald ist dieser eine Prozentsatz weg, drehen wir alle hier ja durch. Also das glaube ich nicht. Vielleicht ja doch. Ich will es nicht hoffen. Ich will es nicht hoffen. Ich will hoffen, dass es mehr Punkte sein müssen als nur ein Prozent, also mehrere Prozent sein müssen, dass wir hier alle durchdrehen und wahnsinnig werden und uns hier gegenseitig vergewaltigen. Ja, was ja in The Sadness auch passiert. Oder das ganze Klopapier aufkaufen. Wie kommst du darauf jetzt? Ich sehe jetzt nicht den Zusammenhang. Da sind auch alle verrückt geworden. Hallo. Damals? Ach so, okay. Okay, du warst bei Corona jetzt, ja. Ja, ja. Okay, sorry. Okay, also in Ordnung. Du findest Splatterfilme also dann ebenfalls nicht jetzt so geil. Richtig. Okay. Aber ich akzeptiere das. Ja, sehr gut. Wie gesagt, es gibt eher Lustige, aber sonst ist es mir zu brutal. In Ordnung, dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Subgenre, was mir nicht gefällt. Da gibt es auch mittlerweile ja ein Wort zu, das einfach total verrückt ist. Ich bin kein Fan von Torture Porn. Ich mag keine Filme, wo es darum geht, uns zu zeigen, wie wir uns gegenseitig, also wie Menschen sich gegenseitig richtig schlimme Dinge antun. Und Torture Porn ist für mich einfach ein Genre, wo ich überhaupt nicht dabei sein muss. Also weißt du, was ich jetzt meine? Oder bist du jetzt kurz überfragt, was ich meine? Ich gehe davon aus, das ist ein Folter. Richtig. Pornos, keine Ahnung. Ja, kennst du denn den Ausdruck Torture Porn? Nee. Wow. Okay, pass auf. Dann erkläre ich jetzt mal kurz, was damit gemeint ist. Also natürlich reden wir hier nicht über Pornos. In einem Porno, wissen wir ja alle, wird ja konstant nur gefögelt. Und in einem Torture, also in einem Torture Porn wird halt konstant nur gequält. Und wie es halt in einem Porno ist, also konstant gequält. Das ist ja ein Wortwitz, Torture Porn. Und das ist ein Film, ein Genre für mich, das ich halt einfach nicht so gerne mag. Ich muss nicht zusehen, wie Leuten, wie ich gerade schon sagte, nur furchtbare Dinge eingetan werden. Wie siehst du das? Gibt es Filme, die du mal gesehen hast, die so weit, also natürlich ist Hostel ein ganz bekannter Vertreter. Sagen wir mal da. Du hast ihn gerade eben schon mal erwähnt. Ja, Saw, ja auch. Fällt auch rein, genau. Martyrs, der französische Martyrs natürlich. Frontiers ist auch sowas, obwohl Frontiers vielleicht ein bisschen raus. Ja, High Tension fällt auch ein kleines bisschen raus, aber ist halt sehr krass. Aber wenn wir jetzt auf Martyrs gehen, hast du Martyrs gesehen? Nein, nein, ich habe es nur von dir gehört und habe mir gedacht, ja, vielleicht brauche ich den auch nicht schauen. Achso, recht. Achso, lass auch sein. Also ich erinnere mich gerade an Jenny zum Beispiel, viele Grüße gehen raus. Die sagt auch, dass sie die Folge gehört hat zu Martyrs und sich sagte, den muss sie nicht sehen. Ich sehe das völlig ein. Das ist halt einfach ein so kranker Streifen. Den muss man nicht gucken. Ich verstehe das auch nicht. Also ich kann da auch nichts abgewinnen. Warum sollte ich hier auf der Couch sitzen und Chips essen und zusehen, wie die junge Frau die ganze Zeit hier fertig gemacht wird und verprügelt wird in einem Zeitraum von 15, gefühlten 15 Minuten ohne Worte. Das kann ich halt einfach nicht verstehen. Also da bin ich raus, da fühle ich mich nicht unterhalten, da fühle ich mich eher angewidert. Bei Saw ist es ja noch was anderes. Da sind es ja die Fallen. Natürlich fällt er aber trotzdem in den Kindheitskategorie Torture Porn rein. Also meiner Meinung nach würde ich das sagen. Und es gibt ja aber auch die bekanntesten Vertreter, wie gerade gesagt, sind Hostel. Welche Filme hast du von denen gerade genannten gesehen? Hast du Hostel mal geguckt? Ja, Hostel habe ich geschaut. Beide Teile? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe sie sogar auf DVD hier. Ah ja, okay. Hast du die damals geguckt, als die neu waren? Wahrscheinlich nicht. Da warst du wahrscheinlich zu jung, oder? Oder doch? Nee, ich habe sie geschaut, als sie rauskamen. Ich weiß aber nicht, wann kamen die raus. Also ich war sehr jung. Ja, okay. Ich glaube, so 15 oder so. Ja, hier Saw kam so 2050 gerade. Auch 2005, ja. Ja. Und ich war 16. Okay, okay. Also ich habe den ersten richtigen krassen Torture Porn in Anführungsstrichen gesehen. Und da gab es diesen Ausdruck noch nicht. Das war, glaube ich, für mich Hostel. Und habe den Film natürlich auch gehasst, weil der so krass brutal ist. Und es hat mich halt auch irgendwie nicht irgendwie jetzt befriedigt, im Sinne von, ah, was habe ich einen schönen Film geguckt. Ganz im Gegenteil. Ich war entsetzt. Ich war entsetzt. Weißt du, meine Mutter, das sagt die heute noch, ist, für sie ist halt wirklich Hostel so der Film, wo sie sagt, das ist das Schlimmste, also der schlimmste Albtraum, der passieren kann. Sie hatte nach diesem Film wirklich gesagt, sie will nicht nach Tschechien und in die Slowakei. Verstehe ich, ja. Das ist natürlich für die beiden Länder eine Katastrophe. Und die haben, glaube ich, auch damals große Probleme gehabt mit dem Film, weil das ihr Land natürlich alles andere als rosig darstellte. Aber das hat meine Mutter damals gesagt. Sie meinte, das ist für sie das Schlimmste. Ja. Ja, nachdem du Midsommar dann besprochen hattest, hatte ich auch ein bisschen Angst vor, wo hat der gespielt? Schweden. Ja. Ja. Finde ich allerdings super interessant, weil den habe ich noch gar nicht besprochen. Also hast du wahrscheinlich geträumt, die Folge, kann das sein? Hast du den noch nicht besprochen? Nö. Dann hast du immer darüber geredet und daraufhin habe ich mir den nämlich angeschaut. Ah ja, also Thema war schon oft, ja. Weil der ist echt extrem krass. Ja, Midsommar weiß ich ja. Der ist krass, das stimmt, ja. Also wie ich gerade sagte, dass meine Mutter ja das größte Problem hat mit Hostel und dass das ihre größte Angst ist, ist meine größte Angst The Purge. Oh ja. Das ist meine größte Angst. Also wenn ich mir vorstellen würde, dass es das wirklich geben wird, das wäre mein persönliches Albtraum-Szenario. Ich könnte, na klar, hier bei mir in der Wohnung, ich könnte hier die Rollläden zumachen und die Tür verbarrikadieren. Aber trotzdem sind ja auch andere Mietparteien hier im Haus. Und wenn jetzt der unter mir oder noch eine Wohnung unter mir sich entscheidet, ich hole mir mal den Acker, dann ist er schon schnell bei mir vor der Tür. Und ich weiß nicht, also das ist kein Albtraum für mich. The Purge ist für mich, ich glaube nicht, dass es, also natürlich gibt es vieles Schlimmes, aber wenn man jetzt so ein bisschen auf das Realitätsnahe geht, ist The Purge, wenn wir uns alle killen könnten und wir könnten machen, was wir wollten, ist das für mich mein schlimmster Albtraum. Ja, verstehe ich. Das finde ich auch sehr schlimm. Und wenn wir jetzt beide sagen, du und ich, komm, wir tun uns zusammen, wir sind Kollegen, wir kennen uns, weißt du, dann weiß ich ja trotzdem nicht, ob du mich killst, wenn ich mich umdrehe. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich weiß ich das nicht oder wahrscheinlich tust du es? Ich würde es tun. Ja. Ebenso. Oh, Dankeschön. Ja, gern. Ich schreibe sie schon mal auf die rote Liste. Ja, genau. Ja, okay, jetzt kommst du aber auf meine Purge-Liste. Jetzt warten wir nur darauf, bis es soweit ist irgendwann. Ich habe da mit Jenny gesprochen über den Film, das fand ich so lustig. Da habe ich zu ihr gesagt, als erstes habe ich sie gefragt, wenn sie die Purge geben würde, würdest du mich killen? Habe ich sie gefragt. Ich wollte erst mal wissen. Was hat sie gesagt? Ich glaube, sie hat nein gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich ihr glauben kann. Bestimmt nicht. Wenn der Purge kommt, dann kannst du niemandem vertrauen. Nein, das kannst du wirklich nicht. Du kannst niemandem vertrauen. Nicht bei der Familie. Nicht bei der Familie. Nein. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel, weißt du, das sind jetzt Bruder und Schwester und die sitzen nebeneinander und die meinen sich zu vertrauen. Dann denkt er oder sie denkt, weißt du was, das Erbe könnte ich eigentlich auch alleine einstreichen. Warum sollte ich das teilen? Weißt du, und zack wird er oder sie gekillt. Ja, also wenn es doch nur ein Tag ist oder eine Nacht, dann kann man sich doch irgendwo anders verwarekadieren oder nicht. Das stimmt. Muss man auch. Alleine. Man muss alleine sein. Und weißt du wo? Im Wald. Das klingt jetzt bescheuert, aber für mich wäre das eigentlich die einzig wahre Lösung. Ich würde mich irgendwo in einem Wald verstecken. Weil gerade jetzt hier, wo ich wohne, ist so viel Wald. Da würde ich irgendwo tief in den Wald gehen und ich würde mich da irgendwo hinsetzen mit einem Stuhl und würde die zwölf Stunden abwarten. Weil nämlich während einer Perch keine Sau in den Wald geht. Mhm. Okay. Weißt du Bescheid jetzt? Ich schicke dir nicht meinen Standort, ne? Also okay. Ich weiß jetzt ungefähr, wo du wohnst. Ich werde dich schon zenten. Kein Problem. Sehr schön. Alles klar. Wunderbar. Okay. Wir waren bei Torture Porn, glaube ich. Kurz abgeschweift. Also Torture Porn, wie gesagt, ist ein Genre, das gefällt mir einfach nicht. Ich mag es nicht, zusehen zu müssen, wie Leute so gequält werden. Da bin ich halt einfach absolut raus. Der erste Teil gut, das muss man Eli Roth lassen in Anführungsstrichen. Man sieht einfach den Film von Eli Roth an, dass es Filme sind. Er hat so eine komische Art von Bildqualität oder Look, die mich immer daran erinnern, dass ich einen Film schaue. Ich glaube halt einfach nicht, dass was ich sehe. Selbst wenn die beiden Figuren durch die Stadt latschen, weiß ich, okay, ich gucke einen Film. Also es ist halt einfach zu glatt irgendwie das Bild. Vielleicht können einige verstehen, was ich meine. guck dir Human Centipede 2 an, da denkst du, du guckst das wahre Leben. Also das ist halt etwas, das hat Eli Roth nicht geschafft. Auch mit Green Inferno nicht. Man weiß die ganze Zeit, man guckt einen Film. Also so geht es mir zumindest. Der zweite Teil, den habe ich damals im Kino geguckt. Da bin ich extra ins MTZ gefahren, um mir den anzuschauen. Natürlich hat er seine spannenden Momente, gerade weil er halt auch dieses hintenrum zeigt, also aus der Sicht der Idioten. Aber da dann auch zu zeigen, wie diese junge Frau dann kopfüber da aufgehängt wurde und so, das finde ich wirklich nicht schön. Also das kann ich einfach nicht gucken. Ich glaube, gerade als Frau ist es noch schwieriger zu schauen, würde ich jetzt mal meinen. Und dann zu sehen, wie die dann halt einfach, also es gibt so viel Schlimmes auf der Welt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche mir sowas nicht anzugucken, wie sich die Leute so furchtbare Dinge antun. Und deswegen bin ich auch leider bei Saw sehr raus. Also Saw fing ja wirklich als intelligente Reihe an. Und wir wissen ja alle, dass ja spätestens ab Teil 4, würde ich sagen, also würde ich jetzt mal schätzen, dass doch nur in eine wirklich extrem brutale Torture-Porn-Scheiße ging. Ich habe den letzten noch nicht gesehen, den Ex, aber ich glaube, dass der ja auch unfassbar hart sein soll. und dieses sich gegenseitig, also so schlimme Dinge antun, weiß ich nicht, brauche ich eigentlich nicht gucken. Ja. Gut, also bist du da einer Meinung mit mir? Ja, toll. Ja, dann bin ich jetzt auch zufrieden, jetzt kann ich auch richtig schlafen heute Nacht. Sehr gut. Okay. Du, dann würde ich aber sagen, wenn wir jetzt beide über zwei Genre, Subgenre gesprochen haben, die wir nicht so gerne gucken, natürlich gucken wir sie, aber halt nicht so gerne, nennen wir doch mal ein Genre, das dir gut gefällt. Also, wenn es um Thema Horror geht, welches, was guckst du denn gerne für Horror-Genre? Ich glaube, Geisterfilme. Geisterfilme, alles klar. Warum ist das so bei dir? Nenn mir gute Geisterfilme und schlechte Geisterfilme. Also fangen wir mal mit guten an. Warum? Gute Conjuring, weil es auf wahren Begebenheiten basiert. Ist das dein Ernst? Äh, ja. Okay, alles klar. Ich habe nichts gesagt. Lass mich jetzt aus, oder was? Nein, gar nicht. Ich habe mich verschluckt. Mhm. War gut eben, ja. Okay. Okay, sprich, sprich weiter. Und The Others zum Beispiel finde ich auch super toll. Oh, super, ja. Mit Nicole Kipp, ein ganz toller Streifel. Habe ich im Kino geguckt damals? Ja, da war ich noch ein bisschen zu jung, aber den habe ich auf jeden Fall auf Kassette gehabt und habe mir den sehr oft angehört oder angeschaut damals. Ja, The Others war toll. Ist immer noch ein super Film. Mhm. Ich fand eigentlich auch 13 Geister cool. Ich glaube, heute weiß ich nicht, ob ich den noch so cool finde. Wenn ich den noch mal sehen würde, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ah, dann lass es auch sein. Also ich habe den ja mit Jenny besprochen. Grüße gehen raus. Vor auch einigen Monaten jetzt mittlerweile wieder und das ist schon ein Desaster. Also 13 Geister ist ein Desaster. Also wirklich, der versucht so dringend für meiner Meinung nach spannend zu sein, dass er das überhaupt nicht schafft. Genauso wie Ghost Ship vom gleichen Regisseur. Also es sind meiner Meinung nach wirklich zwei furchtbare, furchtbare schlechte Filme, die überhaupt nicht jetzt sowas wie The Ring oder The Grudge erreichen, aber es so gerne wollten. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber also meiner Meinung nach kannst du 13 Geister dir sparen. Ja, also ich weiß nur noch von früher, dass ich den irgendwie ganz nett fand. Aber zum Beispiel, ich weiß den Film, den du gut findest, aber ich finde den ganz schlecht. Die Frau in Schwarz. Den finde ich gut, habe ich das gesagt? Ich glaube, ja. Ich habe den vor noch nicht allzu langer Zeit, ich glaube, es war Mitte April mit Ben besprochen. Auch Grüße da gehen raus. Ich muss das immer sagen jetzt. Würde ich das einmal jetzt nicht sagen, dann heißt das ja, ich gehe keine Grüße. Vielen Dank. Und dann muss ich mich rechtfertigen. Und zwar, also wie gesagt, ich habe den mit Ben besprochen und das hast du, glaube ich, ein kleines bisschen falsch aufgefasst. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn wirklich schlecht fand, also das absolut nicht. Aber er war jetzt auch meiner Meinung nach nicht gut. Das ist ein Film, der gar nichts Neues geboten hat. Außer Buh hier und Grusel da, aber nichts, was jetzt irgendwie neu war. Ich fand den gar nicht gruselig, überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Man hat es schon so kommen sehen, was jetzt passiert und ich bin noch komplett abgetrifftet die ganze Zeit von diesem Film. Hast du den aufgrund der Folge geguckt oder kanntest du ihn? Okay. Nee, ich habe deswegen geguckt und nee, also ich fand den mega langweilig. Du ging mir genauso. Ich weiß, dass ich ihn ja einmal angefangen hatte zu schauen und habe ihn irgendwann aufgehört, wenn ich mich richtig erinnere und jetzt musste ich ihn ja dann besprechen, habe ihn nochmal angeguckt und dachte mir, weißt du was, jetzt werde ich eines Besseren belehrt und letzten Endes, nee, eben nicht. Also die Frauen Schwarze ist ein ganz lahmer Streifen. Gut gemacht, gut gespielt, sieht top aus, also alles topnotch, aber die Story ist halt einfach blau, bietet nichts. Ja. Okay. Welcher auch so lala ist, Mama. Den haben wir besprochen und ist dir klar, dass wir den besprochen haben. Jetzt musst du noch grüßen, hallo. Ja, grüße an Bianca raus, richtig. Haha, danke. Aber den wolltest du doch mit mir besprechen damals, oder? Findest du den gar nicht so gut? Wir haben uns darauf geeinigt. Okay. Also du hast ihn gar nicht, du hast ihn selbst gar nicht vorgeschlagen? Nee. Okay, wir haben uns darauf geeinigt, in Ordnung, dann war das so, das habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich habe jetzt aber gedacht gehabt, dass du den eigentlich gut fandst oder dass ich ihn dir wenigstens schlecht geredet habe in der Aufnahme. Ja, ich glaube, du hast ihn mir eher schlecht geredet. Nein, also die Effekte waren auf jeden Fall schon cool, aber so die Story, wenn man so drüber nachdenkt, ist schon bescheuert eigentlich, gell? Am Ende. Ja. Warum dann der Geist, warum will der die Knochen und dann schmeißt die die sowieso weg? Ja, das stimmt. Das macht gar keinen Sinn. Ich habe nochmal drüber nachgedacht und ich finde den jetzt eher nicht mehr so gut. Du, das geht mir genauso. Der Film hat wirklich spannende Momente und gute Momente, aber das Ende mit, dass sie dann dem Geist dann die Knochen geben und dann meinen, dass der Geist jetzt hier mega begeistert ist und dann aber am Ende, ha, fuck you, Knochen interessieren mich gar nicht, weißt du. Weil er dann, ist doch wahr, fand ich halt auch wirklich gar nicht gut. Das Ende von Mama ist nicht gut und auch Jessica Chastain völligst, völligst fehlbesetzt, das habe ich ja damals schon gesagt. Der Film hat seinen guten Aufbau und hat auch seine guten Momente. Ach, wir haben doch da so gelacht, wir haben doch an Scary Movie 5 gedacht die ganze Zeit. Ja, genau. Jetzt habe ich es wieder im Kopf, Mensch. Also, ich muss jetzt mal ver, ich muss doch jetzt mal wirklich verweisen auf unsere Folge zu Mama, oder? Die war doch super. Auf jeden Fall. Super Film, hey! Sagen wir, sagen wir, Super Folge. Super Folge. Genau, Super Folge zu dem Film. Genau. Naja, okay, also jedenfalls ist das Ende von Mama dann auch nicht so toll. Und sonst, fällt dir sonst noch einen Geisterfilm ein, den du gut findest? Ja, Shining, The Sixth Sense. Ja, Shining ist ja eher Horrorfilm, ne? Ich glaube, dass Shining jetzt so Geister, fällt dir in die Kategorie Geisterfilm? Eher so Psychohorror, oder? Die Mädchen, die da erscheinen. Ja, aber das sind ja, das ist ja, du hast schon recht, das sind Geister. Aber für mich ist ein Geisterfilm eher sowas, wie jetzt die Others oder die Frau in Schwarz. Was also, weißt du, man erscheint und man ist wieder weg. Was jetzt nichts mit Splatter oder Gore oder Blut zu tun hat, weißt du? Würde ich sagen, das ist so. Das ist auf jeden Fall. Ja, das Shining fällt wieder rein. Da würde ich sagen, der fällt rein, ja. Den fand ich auch richtig cool. Dann natürlich Eccos, gehört eigentlich auch noch dazu, ist auch ein Horror, also auch ein Geister. Eccos natürlich, ja, haben wir auch wieder besprochen. Grüße gehen raus, San Bianca, genau, haben wir besprochen. Der war super, ne? Also Eccos ist ein toller Film, ne? Ja, kennen auch nicht so viele. Ne, der ist sehr unbekannt und ich muss halt echt immer sagen, dass man sich Eccos echt geben muss. Übrigens, ich habe neulich bei, wo du das gerade sagst, bei Amazon gesehen, da klicke ich so durch Prime und dann, der Originaltitel ist jetzt Steer of Eccos, also S-T-I-E-R of Eccos und der heißt ja bei uns nur Eccos, ne? Und dann hat er doch diesen Stimmen aus der Zwischenwelt, das ist doch dieser Untertitel noch, ne? Und dann steht doch tatsächlich in diesem Vorschaubildchen zu dem Film Eccos, da steht ja in der Titel Eccos aus der Zwischenwelt. Eccos aus der Zwischenwelt, what the fuck, was ist denn da passiert? Das ist ja völliger Scheißdreck, weißt du? Das hat ja hinten und vorne nicht gestimmt. Also, wer hat denn da gesoffen? Kannst du mir das mal erzählen? Ich weiß nicht. Ne, also ich auch nicht. Ich habe da sogar ein Screenshot gemacht, weil ich das so bescheuert fand. Aber gut, also Eccos ist wirklich auch einer, der als Geisterfilm zählt und der auch wirklich gut ist. Ich bin bei diesem Thema Geisterfilm und auch Haunted House schnell so raus, weil ich nicht diesen Buh-Grusel brauche, weißt du? Also diesen, da ist was im Spiegel, ist dann wieder weg und dann ist dann, weißt du, wird dann aber trotzdem weitergearbeitet, dann steht draußen unten jemand, der dann aber auch wieder weg ist und der guckt natürlich hoch in dem Moment, vorher, und dann ist er wieder weg, wie gesagt. Und dann, das ist, weißt du, ich brauche so einen Grusel nicht. Ich brauche nicht dieses ständige, da ist was und ist wieder weg und dann ist es wieder da und ist wieder weg und nie, weißt du, nie so was richtig ist. Wenn, dann brauche ich Horror, der mich so richtig, richtig umhaut. Bei It Follows hat er doch auch gefallen. Genau. It Follows ist ein super Horrorfilm, den finden viele ja auch doof, aber das ist ein Horrorfilm, der mich jetzt halt, ob man da jetzt über Geister reden kann, das ist ja ein Dämon, der da ja in Gestalten von Freunden und Verwandten da richtig verfolgt, diese Idee ist ja eigentlich schon so simpel, aber ist schon top, ne? Gut, vom Ende kann man auch sagen, was man will, ne? Aber, aber die, die, die ist schon top. Das ist für mich ein super Horrorstreifen, It Follows ist toll. Ja, und die ganzen Conjuring-Filme? Ja, Conjuring, habe ich ja schon oft gesagt, ist nicht so mein Ding, weil ich da auch nichts Neues bekommen habe. Das sind Filme, die sind gut gemacht und die sind, ähm, und die sind, ähm, qualitativ hochwertig, da will ich nichts, ähm, absprechen, aber ich habe den ersten Conjuring zweimal geguckt, einmal damals und ihn dann für lahm empfunden und dann habe ich ihn ja noch ein zweites Mal geguckt für die Aufnahme mit Carina, Grüße geht raus und fand ihn dann, ja, auch dann nicht so, dass ich irgendwie sagen muss, der haut mich jetzt um. Ich habe es ja schon etliche Male erwähnt. Ich habe den zweiten ja damals dann sogar abgebrochen, weil das halt alles immer irgendwie das Gleiche ist. Das ist halt einfach nur so ein Grusel, der dann irgendwie dann mich nicht mehr so catcht. Aber du bist schon bewusst, dass es auf wahren Begebenheiten beruht. Genau. Und das bruselt dich nicht. Was lachst du da? Das ist doch, das ist doch fake. Das ist doch nicht nach wahre Begebenheiten. Das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Doch, natürlich. Du, das hat, wenn überhaupt, ist es nur, sind da fünf Prozent Wahrheit dran. Also, da gibt es ja schon ein paar Belege von, oder nicht? Also, die Filme sind bestimmt komplett aufgepusht. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber alles generell um die drumherum und was da passiert ist, finde ich schon krass. Findest du nicht? Also, dass es die Warrens wirklich gibt oder gegeben hat, das ist ja klar. Man hat ja auch schon Bilder gesehen von der echten Annabelle-Puppe, die ja eigentlich ja ganz anders aussieht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht daran, dass auch nur fünf Prozent echt sind. heutzutage, und ich finde das ehrlich gesagt, guck mal, das fing damals mit Blair Witch Project schon an, dass man den Zuschauern verarscht und auf die Nase bindet, dass es wirklich ist, was man hier guckt, oder auf wahre Begebenheit basiert, was man hier guckt. und es ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen, nur um die Leute ins Kino zu schicken. Und ich finde das heutzutage übrigens auch ein Ding, dass man das auch behaupten darf. Gut, das wurde nie verboten, deswegen wird es auch nicht mehr passieren, aber mir fällt jetzt leider gerade nicht ein, was es ist, aber irgendwie vor einigen Monaten habe ich einen Film besprochen, da stand zu Beginn basierend auf wahren Ereignissen und das stimmt halt einfach nicht, ist halt einfach gelogen, ist halt von Anfang an nicht wahr. Und wenn du jetzt zum Beispiel, obwohl das ein Top-Film ist, die vierte Art nimmst mit Milla Jovovich, auch da bekommen wir am Anfang erzählt, dass alles auf wahre Begebenheiten basiert und wir bekommen die Originalaufnahmen sogar zu Gesicht. Und auch die sind nicht echt. Weißt du, also uns hier wirklich die ganze Zeit zu erzählen, dass etwas stimmt, wenn es nicht der Fall ist, finde ich eigentlich ein Unding aus heutiger Sicht. Das kann doch nicht sein, weißt du, normalerweise musst du immer die Wahrheit sagen, aber einen Film kann man rausbringen und sagen, stimmt alles, wenn es gefakt ist, ist es eigentlich ein Ding. Finde ich eigentlich ein Unding. Ein Ding und ein Unding. Oder siehst du das nicht so? Ja, klar, wenn es gelogen ist, natürlich, dann sollte man das nicht sagen, dass es auf wahren Begebenheiten beruht. Das ist richtig. Ich glaube, ich verinnere mich auch gerade, welcher Film das ist, den ich gerade meinte. Schon viel länger her, als ich dachte. Ich glaube, es ist Wolf Creek mit Christian. Grüße gehen raus. Da ist es nämlich so, dass am Anfang steht, dieser Film basiert auf wahre Ereignisse. Und das ist halt nicht wahr. Diesen Mick Taylor, den hat es nicht gegeben. Das ist einfach eine Figur aus einem Drehbuch und es gibt natürlich ganz weit entfernte Vorkommnisse, die in Australien passiert sind, die jetzt zusammen gemixt wurden und dann dieses Konstrukt entstanden ist, der halt Wolf Creek heißt jetzt, dieser Film. Aber da ist nichts irgendwie mit wahren Ereignissen, also da gab es natürlich mal Verschwundene und Tote, aber alles so durcheinander gewurschtelt, dass es nichts mit diesem Film ist glatt. Ja, muss ich halt ganz ehrlich sagen. Und das ist halt, das finde ich halt echt nicht in Ordnung, dass man heutzutage die Zuschauer so verarschen darf, die ganze Zeit. Ja, du lachst. Das sagen ja nicht alle. Ja. Ich drehe hier durch gerade. Warst du dabei? Nein. 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 Hast du denn den dritten Conjuring gesehen? Glaube ja. Ich glaube, ich habe jetzt alle gesehen. Okay. Okay. Wie hat er dir gefallen? Weil da gehen ja die Meinungen sehr auseinander. Da sagen ja viele gut und viele scheißen. Gut. Ich kann mich, ich vermische auch ein paar, aber ich glaube, ich fand alles gut, außer auf The Nun fand ich ein bisschen langweilig. The Nun. Hast du beide Teile gesehen? Nee, nur den ersten. Ja, The Nun hat mich auch nicht interessiert. Der war ja von Anfang an schon nicht so nicht so spannend bewertet. Ich habe den dann irgendwann mal geguckt, um mal mitreden zu können und ja, habe ihn vergessen zehn Minuten danach. Wer ein großer Fan von den Conjuring-Teilen ist, ist mein Bruder. Also der Ältere sogar. Der hat mal gemeint zu mir, das weiß ich noch, Alex, ich muss dir mal was zeigen, da scheißt du dir in die Hose und dann habe ich dann gedacht, gut, ich bin gespannt und dann hat er mir dann aus, ich glaube, The Conjuring 2 eine Szene vorgespielt und zwar diesen Moment, wenn der Schatten der Nonne durch das Zimmer läuft und hinter dem Bild der Nonne stehen bleibt und also hinter dem Gemälde wohl, glaube ich, es ist ein Gemälde, ne? Und da kommt das ja dann heraus. Vielleicht erinnerst du dich, was ich meine? Vielleicht hast du es auch. Ja. Das war natürlich super gemacht, das ist auch eine tolle Idee. Natürlich ist das ein spannender Moment, aber es ist jetzt, natürlich macht halt diese eine Szene jetzt keinen wahnsinnig guten Film draus. Aber ich habe den zweiten Teil auch noch nicht richtig gesehen, deswegen will ich auch gar nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist oder ein langweiliger Film. Ich muss halt nur sagen, dass mich der erste Film nicht gereizt hat und dann ist es natürlich so, dass einem schnell auch dann die zweite, der zweite Teil nicht reizt, ne? Und der dritte dann auch nicht, weißt du? Ja. Und wie fandst du Empty Will Horror? Passt auch gut in die Kategorie. Ich finde, dass der Film mit Ryan Reynolds, mit Jenny besprochen übrigens, grüße ich ihn raus, ein sehr spannender Film ist. Finde ich schon. Ich habe den damals im Kino geguckt und da muss ich auch wirklich zur Folge auf verweisen, der ist eine super tolle, lustige Folge. Und der hat schon gewirkt. Ich habe das Original von damals nicht gesehen. Ich kenne nur halt den von, glaube ich, 2005, würde ich schätzen. Wie hast du den gefunden? Es ist eine wahre Begebenheit. Okay. Da sage ich jetzt nichts zu, weil ich da nicht sicher bin, ob dem so ist oder nicht, aber es könnte sein. Ich glaube, dass da schon irgendwie ein bisschen Wahrheit drin steckt. Deswegen glaube ich, dass da auf jeden Fall mehr Wahrheit drin steckt als zu The Conjuring. Ja, also ich fand ihn cool. Also was heißt cool? Also ich fand ihn unterhaltsam. Das stimmt. Unterhaltsam, da war, ja, das ist richtig. Der hat seine guten Momente, den habe ich damals auch im Kino geguckt mit meinem Bruder, weiß ich noch. Und wir waren sehr erschrocken bei manchen Szenen. Das stimmt. Also am heftigsten ist ja dieser Moment, wenn er doch mit seiner Frau im Schlafzimmer ist und sie doch dann auf ihm rumreitet. Ich glaube, wir wissen alle, was ich meine. Ich habe jetzt nicht drüber rumgesprochen. Und dann dieser Moment, wenn er auf einmal hinter ihr dieses erhängte Mädchen sieht, diese Vision hat, dann alter Schwede, damit rechnet man wirklich in dem Moment nicht. Das war ein Riesenschock-Moment. Ach du Scheiße. Ja. Also da war man wach. Also da war man wirklich in dieser, denn doch echt erotischen Szene gefangen. mit seinen Gedanken und wird dann so rausgehauen. Also das war schon heftig. Das war bei Echoes auch so. Ganz genau. Ich musste gerade dran denken. Genau der gleiche Moment. Da ist sie ja auch auf ihm, das ist genau gleich, ne? Ja. Und dann hat er ja auch immer diese Bilder. Das stimmt. Ja. Und dann auch die Musik dazu, ne? Scheiß spannende Musik auch noch, ne? Sehr gruselig. Also Echoes macht auch viel richtig. Finde ich auch. Und hier ist so The Hole. Den kenne ich noch nicht. The Hole kenne ich noch nicht. Ich weiß, der wurde mal angesprochen, vielleicht sogar von dir. Ich bin mir gerade nicht sicher. Warst du das? Ja, ja, klar. Okay, dann, den habe ich noch nicht gesehen. Ist The Hole gut? Also ich fand den richtig cool. Ich habe den so oft geguckt, auch früher. Wow. Okay. Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß, der soll gar nicht so verkehrt sein, ne? Ja. Der ist auf meiner Neverending List übrigens. Ja, ich habe auch eine erstellt, seitdem ich deinen Podcast höre. Und immer länger. Okay. Du, aber ich finde, dass wir auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch geführt haben und jetzt doch auch sogar länger als gedacht. Also es war auf jeden Fall absolut interessant, deine Meinung zu hören, wie unterschiedlich denn doch die Geschmäcker sind. Finde ich wirklich interessant. Ich denke mir, dass viele dir und mir zustimmen konnten, aber auch einige wiederum mit Sicherheit nicht. Ja, ich kann halt einfach nur sagen, dass gerne alle eingeladen sind, ihr eigenes Lieblings-Sub-Genre mal unten zu notieren in den Kommentaren und natürlich auch, welches sie nicht so gerne mögen. Würde ich also mich freuen, da ein bisschen reinzulesen. Mir hat es gefallen. Ich hoffe, du hattest Spaß bei deinem ersten Special hier. Ja, war interessant. Mal was Neues. Das freut mich. Das freut mich. Und danke, dass ich dabei sein durfte. Immer. Immer gerne. Ich will dir keinen Ärger kommen. Irgendwann kommst du wieder bei mir auf der Arbeit vorbei und dann will ich halt auch nicht riskieren. Dann möchte ich mich bedanken bei dir für deine Zeit. Es ist ja jetzt auch schon gar nicht mehr so früh. Wir haben halb zwölf, also in der Nacht. Ich habe mich gefreut, wieder mit dir zu sprechen. Fast nach einem halben Jahr. Ja, krass. Krass. Was soll man sagen? Krass. Dann bis zum nächsten Mal, ja? Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Ciao. Ciao. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. Der Podcast für und von Horrorfans. Und von Horrorfans. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.